Der letzte Tag von Fortnite, 14 Tage Sommer ist angebrochen und damit Peace Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich zu einem neuen, freshen Fortnite Video. In dem heutigen Video zeige ich dir alle Orte, wo die verschiedenen Grills versteckt sind, denn die heutige Herausforderung von 14 Tage Sommer heißt, wir müssen mit der Spitzhacke verschiedene Grills zerstören. Wie viele es genau sind, werden wir dann erst sehen. Wie gesagt, nutze ich wieder ein paar Leaks, auf jeden Fall werde ich dir heute, wie gesagt, alle Grillorte zeigen und die heutige Belohnung ist eben ein Grillbanner und das heute ist eben die letzte Herausforderung. Danach kommt leider keine mehr, bedeutet keine neuen kostenlosen Belohnungen. Auf jeden Fall zeige ich dir jetzt den allerersten Grill. Und zwar befindet sich der allererste Grill eben genau hier unten bei Paradise Palms. Ich versuche alle Grills so zu zeigen, dass man da auf jeden Fall eine gute Route ausmachen kann und ich werde jetzt einfach nur noch Musik hinterlegen, da das wirklich extrem viele sind. Es gibt wirklich mega viele Grills auf der Map, über 20 Stück. Aus dem Grund einfach jetzt ein bisschen Musik und ich zeige jetzt alle weiteren Grills. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Also lass jetzt ein Like auf diesem Video, abonniere gerne kostenlos unter diesem Video meinen Kanal, gerne auch rechts daneben die Glocke aktivieren, mit deinen Freunden dieses Video teilen wäre auch cool in alle WhatsApp Gruppen, Instagram Gruppen und wo es alles noch geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.